Die Musik von Angebrühe und die Laminin in Bäusche hat die 22 Uhr durchfohlen können. Das machen wir, wie geht mit Marie schon dann? Ja! Super gut! Applaus 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 So, dann sind sie also, die deutschen Ströpfchen. Jetzt haben sie einen wunderbaren Auftrag gemacht, hat euch auch gefallen. Ja, kommt der nächste wieder. Und du auch? War mit? Doch, ne? Ja, ich denke schon. Gut, und wie sich dann gehört, die Fahrtkredo und Orden. Dankeschön. Hier drinnen jetzt runter, das ist der Junter Julius Windmarschel, das ist unser Vorsitzender. Okay, ja. Soll ich die Firma holen? Okay, drücken ein, roh und fort. Soll ich die Firma fahren? Ja. Jo? Ich soll das Sprach-Wandlein drauf? Wohnt er da noch eine sehen? Ja, 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 ja. Soll ich die Firma holen? Whoah! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 der Kiesse, schreckt der Kiesse, der Stadtmann bitt den Menschen. So, der Sommerseite, so. Aber wie ist es, ich warme Nacht und dringend ins Café und meine Die Saison heute auf die deutsche Gesellschaft, die Mutter meiner Mutter hinter mir auf die, von dem Nachwuchs, der mir fast überhaupt gebrochen hat, das war wunderschön, gut und mit richtigem Natschmeich vorab, von der deutsche Brünche. Vielen Dank! Musik 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 Weiß nicht meine Abel Weiß nicht mehr ich in jeder coupled Damit aber steigert Von FC98 Auf lieber ruhm Klemm ich drünn Und hab ein Blatt Vor allem Jeder Fels kann erzielen. Der Munde. Gurren Kacken. Ende der Tonne. Die Gäste und die Mäste. Die Kacken in der Stadt. Kinder als in Puten. Die Gliessen der Ball. joch! Die Gliessen der Ball. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020